Mit Barbara Halbweg. Guten Abend und herzlich willkommen zum Nachrichtenüberblick an diesem Weihnachtsabend. Wir haben unter anderem diese Themen für Sie. Ein besonderer heiliger Abend heute in Zeiten des Krieges in Europa mit Versorgungsproblemen und hohen Preisen. Dieses Jahr hat vielen viel abverlangt, sagt der Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache. Aber eines könne uns niemand nehmen, unsere Großherzigkeit im Umgang miteinander. Die beiden großen christlichen Kirchen verurteilten heute Krieg und Gewalt, betonten aber zugleich das Recht der Ukraine, sich mit Waffen zu verteidigen. Jana Becker. Weihnachten hält Russland nicht davon ab, weiter die Ukraine zu bombardieren. Bei Angriffen auf Kherson starben nach ukrainischen Angaben Mindest. Immer wieder Luftalarm, immer wieder Raketen, immer wieder Tote und Zerstörung. Schwer vorstellbar, wie die Menschen in der Ukraine das ertragen und trotzdem weitermachen. Unsere Reporterin Anne Brühl war an einem Ort, wo um jedes neue Leben gekämpft wird. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist die Botschaft von Weihnachten eine Botschaft des Friedens, heißt es heute aus Bethlehem, der Geburtsstadt von Jesus Christus. Dort wurde das Weihnachtsfest erstmals wieder richtig groß gefeiert, seit Beginn der Corona-Pandemie. Und so kamen Christen aus aller Welt ins Heilige Land. Thomas Reichert berichtet. Fragen wir Thomas Reichert in Bethlehem. Wie erleben Sie die Stimmung dort? Danke für dieses Stimmungsbild. Thomas Reichert war das live aus Bethlehem. Nach Frankreich. Fremdenhass ist offenbar das Motiv des tödlichen Angriffs in einem kürdisch geprägten Viertel in Paris. Der mutmaßliche Täter, ein 69-jähriger Franzose, bezeichnet sich nach Polizeiangaben selbst als Rassisten. Gerade erst haben die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan Studentinnen ein Hochschulverbot erteilt. Jetzt schränken sie die Rechte von Frauen weiter ein. Alle Hilfsorganisationen wurden angewiesen, ihren Mitarbeiterinnen zu verbieten, zur Arbeit zu kommen. Das gelte für in- und ausländische Nichtregierungsorganisationen. Ungemütlich bis extrem gefährlich ist es an diesem Heiligabend in den USA. 17 Menschen kamen bislang durch Sturmtief Elliot ums Leben, die meisten durch Verkehrsunfälle. Wind, Schnee und Eiseskälte haben weite Teile des Landes fest im Griff. Vom Norden und mittleren Westen hat sich der Wintersturm inzwischen nach Osten und Süden ausgebreitet. Mehrere Bundesstaaten riefen den Notstand aus. Luthen Leinus. China kämpft derweil mit einer immer größer werdenden Corona-Welle. Während die amtlichen Zahlen das wahre Ausmaß längst nicht mehr wieder... Jetzt zum Weihnachtsgeschenketrubel. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen. Die einen planen Monate voraus und haben gefühlt schon im November alle Geschenke. Die anderen spurten in letzter Minute los. Als ob sie überrascht davon wären, dass Weihnachten diesmal am 24. Dezember stattfindet. Susanne Seidel über Last-Minute-Käufe in Schwerin. Das Wetter macht nicht so richtig Freude. Viel Regen nur im Süden und Nordosten freundlicher. Die Details hat gleich Katja Hornefer. Um Viertel nach elf bringt sie Moritz Neuss auf den neuesten Nachrichtenstand. Hier übernimmt morgen Mitri Serien. Und das gesamte 19-Uhr-Team sagt Danke und wünscht Ihnen fröhliche und friedliche Weihnachten. Auf bald!